So, da bin ich auch wieder hier zu Banjo, Gdöns, Kazooie, Gdöns und wieder mal ohne einen Plan. Das kann ich so allzu gut. So, ähm, achso, doch, der Plan war, da oben ist, äh, Secret oder sowas in der Art. Oh, Fliegeldinge, Dingsbums, weg mit dir. So, nehme ich doch einfach mal. Hey, die Witze, du klaust mir übrigens ein paar Sekunden, du Miete. Und das hätte ich eigentlich mit diesem Turbotreter machen müssen, weil Jumping Jack mäßig komme ich hier nicht hoch. Das Wichtigste ist, wo finde ich denn hier die Turbotreter, jetzt mal ohne Flachs hier. Bis ich da oben bin, so. Och, ja, geht mir mein Kater gerade total auf den Zwirn. Entweder Tür auf, Tür zu. Tür auf, Tür zu. Also, das ist gerade, was mit Simi gerade am Keks geht von dem Typen. Ach, da oben. Meine Fresse. So, gib mal her, die zwei Funzen. Sag mal, ihr, danke. So. So. So, was ist mit dir hier? So, komm. So, zeig dich. Hä? Hä, noch schnell genug? Halte. Schell bringt mich teilweise um, ne? Hier. So. Oh nein. Seit tausend Jahren war das in meinem Besitz. Gut gemacht. Sterblicher. So, chill. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Donen schon Zauberei gefunden hat. Gut funktioniert. Okidoki. Dann. Gehen wir wieder zurück. Wollen uns wieder die Turbo-Träter. Und hoffen, dass die Turbo-Träter, die ich jetzt hier nutze. So. Vor allem ist das wirklich hier fiese, ne? Dass die Zeit einfach weitergeht, sobald die Katzin läuft. Weiß ich gar nicht, wie schneller ist. Aber selbst das hier wird zu knapp. Warum auch immer. Warum? Warum hat das jetzt nicht ausgereicht? Was war mein Fehler? Hüpfen? Ist Hüpfen-Fehler hier? Ich weiß es gar nicht. Aber es ist die einzige Möglichkeit. Man muss mit den Turbo-Trätern hier hoch. Ich nenne sie Turbo-Träter. Pokemon. Pokemon. Och, Kerr. Hörter Sack. Hier klaut er einfach so ein paar Sekunden. Das sind Sekunden. Die dir eigentlich fehlen, ne? Ich hoffe mal jetzt nicht wie ein Eumel. Muss man da hüpfen? Könnte man hier wirklich auch hüpfen? Wieder. Ey, Alter. Jetzt mal ohne Flachs? Kerr, Digga. Ey, willst du mich jetzt verarschen, Banjo? Bringt nix. Ich muss den Schalter schon aktivieren. Habe ich mir jetzt, wenn es mit dem einen kleinen Sprung ein bisschen Zeit verschafft. Keine große Bahn laufen. Keine große Bahn laufen. Immer schön beim Autorennen. Dicht am Platz. Da fahr' auch nicht so sehr die Wand knutschen. Boah, er wollte gerade zugehen. Puh, hi, dir Witzka. Hi, dir Witzka. Ja, meine kleine Schreiter gerade. Ähm, das war jetzt nicht so geplant, ne? Oder? Äh, Digga. Willst du mich jetzt... Willst du mich jetzt ganz freshen? Ich will doch nur hoch. Ah, weil er mich gepuncht hat, ne? So, kannst du dich mal ein bisschen ordnungsgemäß drehen? So. Boah, danke. Ja. Oh ja, bitte was ablassen. Oh cool, füllt sich das hier um? Äh, sollte das überhaupt so sein? Da ist der Geier. Smiley. Geht mal weg hier. Träumele. Wie süß. Und Smiley. Oh, oh, oh. Ich wollte einfach nur weg. Eigentlich wollte ich stampfen. So, weiter im Text. Oh mein, das war so ein Fliegedöns. So. Hätte man hier fliegen können? Oh. Auch noch zwei. Super. Das waren jetzt alle, ne? Waren noch nicht alle? Ein Mumbo-Schädel? Jetzt waren's alle. So. Was du jetzt von mir willst, weiß er gucke. Ach so. Zielübungen? Nein. So. Geht doch. Magst du Eier? Freut mich. Und jetzt? Die Bluvermine. Ah. Jetzt ich wissen, was du wolle von mir. Ach, und deswegen, falls ich runterjumpe, entweder mache ich das mit Wasser, ohne Wasser, aber natürlich mit Wasser viel cooler. So. Figarino. Oh. Wahrscheinlich jetzt die nächste und dann die nächste und dann die nächste und dann die nächste. Wie das halt so ist. So, Meister Eder. Warte, 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 warte. So, Digga. Mach mal so. Ach komm. So. Mein Gott. Mach mal ein bisschen schnelle Variante. Hab ja genug Eier. Pyramide. Und ich kann auf den Mumbo-Schädel, äh, natürlich fliehen können. Aber. Aber ist ja halt so. Die, 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 die. Da war ein bisschen Eier mit. Ich hab schon sechs Mumbo-Schädel. So. Mal gucken, weil hier war jetzt auch eine Tür, ne? Ein Kazooie zerrechnen. Okidoki. Dies ist die Grabstätte König Sandibatz. Geschwindet. Oder ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Okay. Sandarsch. Haha. So. Ihr habt nicht auf unsere... ...Warnung gehört. Brennt. Und mein armstiliges Leben. Was natürlich jetzt richtig geil ist. Wie es nicht weitergeht. Wie es nicht weitergeht. Weiß nicht, ob es richtig ist. Zeit. Oh. Ja komm, mach doch jetzt mal. Hüff mal hier. Mach mal hier. Schalter. So. Nein Gott, weil er hier am rummuchten ist. Okay, sterbe ich jetzt. Oh, ich sterbe jetzt. Unglaublich. Der dicke Bär hat es geschafft. Dieser Grab Schindler. Ja. Ein dicker Bär mit dem... ...Riesenfuß. So. Guck mal, ja hier. Lü... ...Lü... 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 Guck mal, acht Stück schon. So. Pikapoka. Ja, sag ich einfach mal. Ja, komm. Wolle ich noch einen? So. Auto erledigt. So. Wolle ich noch einen dieser Eumel. Und da kann mir eigentlich nur eigentlich muss ich das jetzt nur auch hier mit dem, mit dem also mal auf die Schnelle. Oh, oh, oh. Ich kann mir nur noch einer helfen. Dass ich meinem Ziel nahe komme. Auf einmal um der Hacke. War nicht so geholt. Was bist du denn eigentlich da? Warte, oh, warte, warte, ne? Achso, das war Ausgang. Stimmt, so war das. Entschuldigen Sie. Weil das die Zeit hier weiterläuft. Ähm. Mal eben schauen. Äh, ich muss noch irgendwas hier machen. Frage? Warte. Was muss der dicke Bär hier machen? Hm. Das ist jetzt so. Nicht da. So. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Mit dem Eumel hier. Geil. Super geil. Na? Oh, Palme. Äh. Kein Schimmer. Irgendwas muss ich doch hier machen. So. Kein Schimmer mit dem hier. Das ist eine Banjo-Aufgabe. Was muss ein Banjo hier machen? Banjo spielen? Tut ja keiner. Ich weiß, er ist ätzend, wenn du keine Ahnung hast, ne? Oh, okay. Äh. Na? Äh. Kann ich dir helfen? Na. Ne. Hm. Ich weiß nicht, ob der Typ mich da sehen muss, wenn ich da stehe. Und dann erst möglich ist. Aber kein Bock hier ist, mal aufzuklettern. Ich will jetzt, dass das klappt. Verdammte Hacke. So. So. Doch, geht. Meine Nase ist ganz verstopft. Ja. Schön. Ach so. Eierballern, ne? Hey. Das kitzelt. Okay. So. Ja, doch dahinter gekommen. Oh, verdammte Hacke. Ich wusste aber was mit der Nase. Was ist das? Nasen, Johnny. Errettet doch den Tag. Ah, das ist besser. Jinx's Nase ist wieder frei. Kommt doch herein. Ja, ja. Laber nicht. So. Ah, ich weiß, worum es geht. Doch, zuerst. Oh, lass ich mich plätten? Ja, ja. Pikapu. Pikapu. Hör der Hand. Ding, 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 ding. So. Jetzt noch. Drei Stück. Wenn ich den hier eingesackt habe. Und da ist auch noch ein Eumel. Bitteschön. Hey, Johnny. Verdammt. Hey, wenn ich das Rätsel geknackt habe. Sterbe ich? Ähm, wenn ich das Rätsel geknackt habe, habe ich alle Zehen. Oh, Johnny. Aber immer noch löst das nicht mein Problem im Schnee. Weil bei diesem Weihnachtskristmas-Gedöns-Level, habe ich ja das Problem... Äh, habe ich das Problem, dass, äh, mir da ein Puzzleteil fehlt. So, was ist jetzt hier mit den Johnnies? Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, haha. Komm, noch eine Musiknote. Oh, jetzt machst du das aber hier. Spannend, ne? Habe ich da eine Musiknote verpasst? Oh, lass, das, das, das erlagt mich jetzt. Ich habe eine Musiknote verpasst. Das erlagt mich. Eine Musiknote fehlt. Wo habe ich denn eine Musiknote verpasst? Das ist jetzt, äh, Mist. Der Alpha hat eine Musiknote verpasst. Eine einzige. Wegen der macht er jetzt Stress. Kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Jetzt wird durchgefliegt. Ha. Ein Labyrinth vielleicht. Wenn ich jetzt keine hier verpasst habe, höchstwahrscheinlich im Labyrinth. Oder hier vorn. So. Dankeschön. Ich mache das Leben hier mit. Das Leben. Das Leben. Und alle 100. So. Alles abgefrühstückt. So. Ich habe jetzt hier nichts mehr zu tun. Ich habe dir nichts mehr zu tun. Einfach nichts mehr zu tun. Hab nichts mehr zu tun. Bin eine coole Sau. und wir haben damit jetzt alles erledigt wenn ich eine coole sauf einnehmen dazu habe alle puzzle teile alle zehn beim christmas dafür definitiv der eine ich weiß nicht wo aber ich hoffe da könnt ihr mir helfen und ich bin weg wir sehen uns an der nächsten ausgabe weil dann kommen wir dann eigentlich zum friedhof außer ich guck dass ich dann halt in den kommentaren natürlich mit kriege weil ihr wisst ja ich mache ja hier sessions dieser letzte präsentiert so ich bin weg bei einfach